Musik So, hallo und herzlich willkommen zum Hubschrauber Hubschrauber Polizei Hubschrauber Simulator Wir gehen direkt rein Guten Morgen Heute steht zunächst ein normaler Patrouillenflug auf dem Dienstplan Dann mal alle ab an die Arbeit Dann mal alle ab an die Arbeit Neue Aufgabe, gib dich zum Helikopter und beginne mit dem Patrouillenflug Ja, man wird hier direkt reingeworfen Ja, dann gehen wir runter Ah, wo sehe ich meine Aufgaben? Gib dich zum Helikopter und beginne mit dem Patrouillenflug Alles klar Ja, Freunde, nur nochmal zur Aufklärung Dies ist der Sitz der GSG Spandau Auch genannt Grenzschutzgruppe Spandau Und wir Sorgen für Ordnung Jetzt gehen wir in Heli, Alter Neue Aufgabe, halte Ausschau nach verdächtigen Vorkommnissen Thank you for traveling, gewisse Deutsche Bahn Nur halt doch kurz die Backen Ich bleib nicht oben Halt doch mal die Freizeit, ich bin doch nicht ready Wie geht denn der Lachs? Weh? Leertasse Wird einem wieder gut erklärt Ich mag die Simulatoren, wo einem alles erklärt wird Äh Okay Jetzt habe ich keinen Sound mehr Ah Wo? Äh Wie fliege ich denn? Scheiße Okay Was? Deine Schicht wurde frühzeitig beendet, weil du die maximal zulässige Flughöhe überschritten hast Ja, sorry, Alter Guten Morgen Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen Aber lass dich dadurch nicht entmutigen Heute steht bislang nichts besonderes an Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst So, das war's auch schon Dann mal alle ab an die Arbeit Also sorry, Chef, Chef, Chef Hey Also ihr könnt doch nicht erwarten, mich hier als Neuen Hier, jetzt mach die Tür auf Mich hier einfach zu sagen, ja geh zum Helikopter Dann geh ich da hin, dann drück ich W Und ich bin Game Over Und dann muss ich mich am nächsten Morgen beim Kaffee anhören Ja, es lief ja gestern nicht so gut, Allah Okay, so, ja, warte auf dem Staffelgelände Er ist ja auch geil Dann warte ich jetzt Leitstelle an Pirol 240 Pirol meldet Bereitschaft Demonstration, Alter, die schießt sich Nichts Mieter Und warte auf weitere Anweisungen Rein! Pirol 240 hat verstanden Wir machen uns sofort auf den Weg Jawohl Melde Dienstgehorsam Achso Alter, ey Oh, ich brauch' noch'n Helmleitstelle So, wo wir sie hin Ausrufezeichen Wir machen das jetzt Triad schön im Cockpit Penisgrube Wat? Hab' ich ja noch nie drüber nachgedacht Sag mal, seid ihr alle dumm? Was ist das denn für ne Mechanic? Wer denkt sich das denn aus? Dann sag' Dann gib doch wenigstens ne Warnung Achtung, Flughöhe zu hoch Und vor allem, warum? Wehe, du sagst Guten Morgen Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen Aber lass dich dadurch nicht entmutigen Chef, jetzt will ich aber mal auf ein Wort Heute steht bislang nichts Besonderes an Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben Bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst So Das war's auch schon Dann mal alle ab an die Arbeit Wie er das immer so sagt So Das war's auch schon Es wurde uns eine vermisste Person gemeldet Melde Horsam Pirol Startet Einsatz So Wie geht denn die Suchkamera? Wer auch immer sich das Also würde ich Ich muss jetzt wissen, wer das designt hat Welches Entwicklerstudio war das? WizGames Falls ihr zuguckt Alla Das ist unnormal Unbelohnend Denn Ich würde aber auch gar nicht gesagt Dass es irgendeine Flughöhe Grenze gibt Die man nicht überschreiten soll Und man wird auch nicht gewarnt So irgendein Piepgeräusch Und Achtung, Achtung Du fliegst so hoch Oder so Leitstelle Da kommt doch jeder Dulli drauf Sowas rein zu machen Was ist denn das für eine Vollversagung? Alla Jetzt gehe ich wieder morgens ins Meeting Und muss mir vom Chef anhören Dass es gestern ja nicht so gut läuft Egal Äh Geilen Tag noch Alla Guten Morgen Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen Aber lass dich dadurch nicht entmutigen Heute steht bislang nichts besonderes an Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben Bis dein Einsatzbefehl von mir erhältst So, das war's auch schon Dann mal alle ab an die Arme halten Alle ab an die Arme halten Schönen Polizeistock in Arsch decken Alla So, jetzt warten wir wieder auf den Einsatz Alla Ha 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 Oh, ist das schief Abend, Uli Hier, du siehst aus wie ein Chef Sag mal Leitstelle an Pirol 240 Pirol 240 hört Pirol 240 hört Sicher Innerhalb einer Ortschaft kam es zu einer unangemeldeten Demonstration Näh, die schießen wir nieder Bitte begibt euch dorthin und wartet auf weitere Anwaltungen Ja Pirol 240 Sorgt für Ordnung Wir machen uns sofort auf den Weg Laber mir nicht immer ins Wort Pirol 240 Mh Los, wir ballern die Demo nieder Pirol 240 an Leitstelle Wir sind am Einsatzort angekommen Na, ihr habt verstanden Könnt ihr uns Angaben zur Situation hier Ich seh keine Demonstranten Fack, fack, mädig, mädig Schütt Na, doch nicht, Leitstelle Also, ich seh hier bei aller Liebe Keine Demonstranten Oder? Doch, da Das sieht friedlich aus Nee, oder? Warte mal Alter, ich seh nichts Wofan? Guten Morgen Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen Aber lass dich dadurch nicht entmutigen Heute steht bislang nichts besonderes an Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben Bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst So Das war's auch schon Dann mal alle ab an die Arbeit So, Leitstelle Ich werde sofort ein Einsatz Sonst werde ich aber fickrig Morgen, Herbert Sag, was sitzt du da eigentlich den ganzen Tag drin rum? Hast du irgendwie keine Hobbys? Meld doch mal Was geht denn bei dir? Irgendeine Demo zum Niederballern Vermisster Oder Irgendein Amokläufer Den wir wegmachen sollen Irgendeine Verfolgungsjagd Wo wir Ding das Flutlicht drauf senken sollen Alla Leitstelle Man hockt jetzt hier einfach Und soll warten Das gibt's, glaube ich, in gar keinem Spiel Drei Tage später Lüb der Lachs Also Prächtig Eine Ewigkeit später Also hier Wir schneiden ja auch die ganze Zeit alles raus Weil es ist einfach nur sitzen Ihr könnt das gar nicht nachvollziehen Ich sitze hier Und trinke meinen Kaffee Dumm Einfach nur dumm So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde Und man einen neuen anstellen musste Zur Leitstelle Wollen wir ein bisschen Eier schaukeln Oder was? Leitstelle an Pirol 240 Pirol 240 hört Innerhalb einer Ortschaft Kam es zu einer unangemessenen Demonstration Jeden Tag, Alter Sind wir in der DDR? Geht wieder los Okay, Prost Pirol Meldet Bereitschaft Wer macht denn das, Marlowe? Wer ist nicht zufrieden mit unserem Staat? Hä? Eher weniger, Alter Hier ist doch alles cool Scheiße Also bei aller Liebe Ich seh hier gar nichts Da Da sind die Schweine Mach mal höher, Hermann Ey, die müssen doch denken Wir sind komplett armatisch Da Da hat mir ne verfehler Hand Die ist aggressiv T Wir brauchen die Hunde nachkampf Und neun Helm Da hat mir jetzt die Müller geentzündet Knallfrisch wie jetzt auf Herbert, mach mal weiter runter Da, ja, da kommt die Verstärkung Schießt alle nieder Entschuldigung Ihr geht jetzt alle nach Haus Oh, das eskaliert doch Roten Einheiten an Pirol 2 4 0 Wir haben die Situation verantwortlich Eure Unterstützung Ist länger erfordert Danke Ja, das war doch erfolgreich Ja Oh, 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 oh Oh, oh Alter, Junge Wie soll denn das gehen, Alter? Oh Ah, wir machen die Nase Guten Morgen Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen Aber lass dich dadurch nicht entmutigen Heute steht bislang nichts besonderes an Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben Bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst So Das war's auch schon Dann mal alle ab an die Arbeit Ich will mal was sagen Ich hasse sie Ich will eine Mission schaffen Eine Ich will Es mir selbst beweisen Dass dieses Spiel Nicht ganz so beschissen ist Wie ich jetzt seit 46 Minuten den Eindruck gewinne Jetzt wird's was Wir müssen nur ein bisschen warten Ehe den Eintrag Äh, äh, äh Äh Leitstelle an Pirol 240 Aha Pirol 240 hört Am Tagebau kam es zu einer unangemeldeten Demonstration Schon wieder Und wir wurden um Luftunterstützung gebeten Ich werde dich aber sauer Aber ganz ehrlich Wenn die jeden Tag demonstrieren Und die lernen es nicht Wir sind nur von der GSG Spandau Wir sollten die alle erschießen Hier ist der Tagebau Pirol 240 an Leitstelle Wir sind am Einsatzort angekommen Wir haben verstanden Könnt ihr uns Angaben zur Situation geben Was machen die denn da? Ey, ihr Spassist Ich kann euch sehen Ihr geht jetzt alle nach Hause Sonst prügeln wir euch die Scheiße aus dem Leib Ey, du da Was soll denn die Müller Also ich glaub drei Die Ruhe wird sie unterschaffen Wir haben verstanden Und schicken Bodenanschein Um die Demonstration aufzulösen Jetzt können wir sehen Was sind auch von Abt Dass die an der Arbeit Nicht genug leisten Kriegt die Gewerkschaft So Aha Scheiße, scheiße, scheiße Oh Ja, ich hab mal angetäuscht Ja, dann sagt ihr, dass ich euch zerwickelt Jetzt werde ich landen Wie in A1 Ich sag euch So, jetzt gehen wir das ganz entspannt an Ohne Hände Ja Scheiße Auf der Rennstrecke kam es zu einem Unfall Nur durch eine Person schwer verletzt wurde